Servus, ich bin Brandl Eva, ich komme aus Ketzting, ich war Finalistin bei The Taste 2018 und ich habe für euch heute ein schönes Weihnachtsgericht gekocht als kleiner Zwischengang und zwar sind das Tiroler Schlurzkrapfen gefüllt mit Kartoffeln und Beerkäse dazu hat es gegeben ein Spitzkraut kurz angebraten mit Senfkörner und Speckschaum dazu kurz angebraten mit Senfkörner und Beerkäse dazu kurz angebraten mit Senfkörner und Beerkäse dazu kurz angebraten mit Senfkörner und Beerkäse dazu kurz angebraten mit embed claims kurz angebraten mit Senfkörner, kommt Anschlнали config